Entnervt warf Ophelia ein Blick auf das Com-Link. Das Icon des Türspions projizierte das Bild einer Pelikan-Lieferdrohne im anbietenden Pizza-Look in ihr holographisches Sichtfeld. Pizza-Store! Ich hab verdammt nochmal keine Pizza bestellt! Ich leg sie gerne vor der Tür ab! Ich stehe wieder Zahlung für 15 Euro zu! Was? Nein! Warte, ich komme! Ihre Pizza-Store! Wo soll ich sie abstellen? Ach, gib her! Du doofes Ding, hast echt Glück, dass ich jetzt echt keine Zeit für so einen... Vorsichtig klappte sie den Deckel auf. Die Schachtel enthielt lediglich einen gelben Post-it. Genau dort, wo eine verführerisch duftende Pizza liegen sollte. Ihr Leben ist in Gefahr. Die Schachtel enthielt das Zitzen, wenn ihr wir eine Verteilung dem moment schreitzen könnt. Das ist meine Verteilungen, wie das Schachtel enthielt anthropiert. Ich bin ein Zeichen des Zitzen scharf!